So, jetzt muss ich eigentlich nur noch warten, bis er es bemerkt und bis er ausrastet. Wenn er es denn bemerkt. Ah doch, jetzt sieht er mich. Es ist meistens so, dass die erstmal keine Ahnung haben, was da überhaupt los ist, was man das macht. Aber nach einer Zeit, vielleicht nach ein paar Minuten oder so, dann rasten die immer aus. Jetzt fragt er mich erstmal, was los ist. Äh, soll ich antworten? Äh, jetzt versucht er erstmal, mir zu entkommen. Und das wird nix. Wow, das ging schnell. Einfach mal nach zwei Minuten oder so schräg. Ich glaub, der kann nicht nochmal hinterher. Jetzt ist er weg. Ah, der ist voll weg. So war gleich. Ich muss nahe ihm rankommen, damit das geht. Und dafür müssen wir mal ein paar Sekunden stehen bleiben. Oder ich leg mir das jetzt einfach mal schnell auf eine Taste. Äh, B. Okay. Der hat dann selbst schon wieder hinterher. Oder der. Den hab ich jetzt. Sollte ich auch mal. Sollte ich auch mal. Die Kunde einschalten? Oh, Mann. Und jetzt müsst ihr mich gleich bemerken. Oder ich sorg dafür. Der hat mir einfach sein Schwert gegeben. Der hat mir einfach sein Schwert gegeben. Ist der Benni? Ja. Also, ich weiß, das ist auf diesem Server so. Wenn man schleicht und Rechtsklick macht, dann gibt man ihm was. Und das wusste er nicht. Also, ich könnte das jetzt auch einfach nehmen und hinkehlen. Aber erstmal abwarten, was passiert. Jetzt fragt mich irgendeiner als anderer irgendwas ganz anderes. Ob ich gern brauche. Äh, nö. Ähn, nö. Saget mal. Vielen Dank. 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 Okay. 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 Dem scheint es einfach mal egal zu sein. Ich denke, ich bin das bei dem Netz. Jetzt ist es wieder das gleiche wie am Anfang. Das finde ich wieder keine. Aber bei einem von denen mal müsste es gehen. Oh, okay. Oh, okay. 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 Ah, fett da. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Immer das gleiche. Erst merken die nichts, dann wundern die sich, dann versuchen sie abzuhauen, und dann... dann passiert entweder irgendwas komisches, oder die versuchen nicht zu kümmern. Dann wundern die sich, ich kann mir schon vorstellen, was er sich jetzt gerade denkt. Dann wundern die sich, jetzt versucht er glaube ich wegzuhauen. Ja. Ja. Nee, der ist ja immer noch da. Oh. Ja. Ja. Ähm. Ja, scheiße.